Ob es der Lebkuchenwand wohl bis Weihnachten schafft? Ich freue mich ja schon sehr auf Weihnachten. Aber wer weiß, ob es mich an Weihnachten noch gibt. Sie wollen mich ja alle aufessen. Flitscht die Maus, die Kinder, die Erwachsenen, sicher auch noch andere Mäuse und Eichhündchen. Eben alle. Das heißt, ich müsste mich eigentlich die ganze Zeit verstecken. Aber dann kann ich ja nicht bei meinen neuen Freunden sein. Bei Fräulein Pfeffer und Käpt'n Salz, bei Frau Teebeutel und bei Herrn von Kuckuck. Das wäre doch schade. Und deshalb habe ich mir etwas ganz Tolles ausgedacht, damit ich bis Weihnachten nicht aufgegessen werde. Passt mal auf. Hier, eine Ritterrüstung. Da kommt selbst Flitsch mit seinen scharfen Zähnen nicht durch. Die ziehe ich gleich an. Und dann kann ich Weihnachten ganz beruhigt entgegensehen. Und wenn ihr auf der Straße eine Ritterrüstung seht, könnt ihr sicher sein, dass da ein Lebkuchenmann drin ist. Also, frohe Weihnachten!